Hallihallo, hallöle meine lieben Freunde, ich werde mich dieses Wochenende massiv blamieren. Okay, Spaß beiseite, aber eigentlich ist das kein Spaß. Ja, ähm, morgen geht es los mit Super Meat Boy ab 16 Uhr. Das ist ein kleiner Plattformer, ein Jump'n'Run Game. Und das wird ein Let's Race mit Mr. Beknacktoman. Wir spielen um die Wette und es wird viele Tode geben. Ich werde extrem oft scheitern. Ja, wird lustig, denke ich mal. Ab 16 Uhr schaltet einfach rum. Gegen Mr. Beknacktoman, der streamt das Ganze auch von seiner Perspektive aus. Link in der Videobeschreibung zu seinem Twitch-Channel. Und am Samstag spielen wir zusammen mit der kompletten Community. Jeder, der mitmachen möchte, kann mitmachen. Und spielen wir GeoGuessr. Yay! Worum es in GeoGuessr geht, zeige ich gleich. Auf jeden Fall kommt noch ein dritter Stream. Wir werden nämlich am Sonntag um 20 Uhr, werden wir beginnen mit dem RPG-Maker-Spiel Powell von Mr. Beknacktoman. Yay! Dieses Wochenende dreht sich ein bisschen um Mr. Beknacktoman. Wir machen ein kleines Let's Race in Super Meat Boy und gegen ihn und spielen sein RPG-Maker-Spiel. Sein Aspahual, das RPG-Maker-Spiel. Wird bestimmt lustig. Ich habe mega Bock drauf. Auf jeden Fall. Followed auf jeden Fall Mr. Beknacktoman, der streamt gerade Fire Emblem, gerade eben in dieser Sekunde live. Und hier steht auch hier Super Meat Boy Race mit Don F., also mit mir. Hey, das bin ich, ne? Ähm, genau. Aber wir schauen mal einfach in GeoGuessr rein. Ich erkläre euch das kurz, eine Sekunde, eine Minute und ich denke mal, ist ganz simpel. Also man wird irgendwo auf der Welt ausgesetzt. Ähm, ja, ich bin jetzt hier mitten irgendwo im Nirvana, keine Ahnung, wo ich hier bin. Man wird irgendwo ausgesetzt. Man kann sich dann bewegen, ähm, und soll rausfinden, ähm, wo man sich befindet. Das ist quasi der Sinn. Ähm, und anschließend macht man quasi seinen Guess, ähm, wo man sich befindet. Keine Ahnung, was ist das für ein Briefkasten? Der ist ja richtig random. Also, man kann hier navigieren, man kann sich umgucken. Okay, die Briefkasten sehen alle so random aus. What the heck, wo bin ich hier? Äh, wo bin ich hier gelandet? Und man soll dann rausfinden, wo man ist. Ähm, ja, da wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man Ahnung hätte von Flora und Fauna auch ein bisschen und von Architektur. Ähm, also ein bisschen, wie soll ich sagen, Geografie und ein wenig Allgemeinwissen ist dort definitiv vonnöten. Ich rate jetzt einfach mal, ich sage, ich bin irgendwo in den USA, hier in Nordamerika, keine Ahnung, in Iowa. Okay, ich rate und Bäm, ich, ähm, bin gar nicht mal so schlecht. USA war auf jeden Fall richtig. Ähm, ja gut, hier in New Jersey. Ähm, oder Philadelphia eher. Philadelphia, aber ist ja der Bundesstaat in New Jersey. Okay, nächstes Jahr, dann bin ich One House, zack, bumm, völlig andere Architektur, völlig andere Kultur. Ähm, wie gesagt, Allgemeinwissen wäre nicht so verkehrt. Oh Gott, was ist das hier? Keine Ahnung. Ähm, wie ihr seht, ich werde mich massiv blamieren. Und das können wir zusammen in der Community zocken. Es ist komplett for free. Sumare, Pompelia, oh Gott, das ist Spanisch oder Portugiesisch. Aber das sagt jetzt nicht viel aus. Ähm, ja, keine Ahnung, du. Ich weiß es einfach nicht. In Südamerika, denke ich mal. Ähm, keine Ahnung, Peru. Ich sage Lima. Nein! Ach Mann, hätte ich doch auf Brasilien gesetzt. Na gut, ich habe kurz echt gedacht Brasilien. Aber na gut. Ähm, ich habe zwischen Spanisch und Portugiesisch ein bisschen geschwankt. In Brasilien sprechen sie ja Portugiesisch. Oh Gott, das kann überall sein. Wie ihr seht, das ist gar nicht so einfach, ähm, das richtig zu raten. Und es geht darum, möglichst nah zu sein. Jeder kann mitspielen, komplett for free. Ihr müsst nichts tun. Das spielt man komplett über den Webbrowser. Ähm, kommt einfach rum. Ähm, Samstag, 20 Uhr. Steht auf dem Schild. Ich kann es nicht lesen. Ah, es sieht nach Französisch aus. Right? Le Petit Le Plomp. Das ist Französisch. Ich sage es jetzt irgendwo in Frankreich. Südfrankreich, denke ich mal. Ich zippe Südfrankreich. Let's go. Ja, es war gar nicht schlecht. Es war gar nicht schlecht. Komm schon. Naja, Mittelfrankreich. Also so, oder, ähm, Westfrankreich. Aber, aber, komm. Kommt, Leute. Das war nicht schlecht. Das war ein guter Guest. Oh my goodness. Ähm, keine Ahnung. Ich habe keinen Schimmer. Was ist das für ein Auto? Hä? Da war doch gerade noch ein Auto. Ich schwör. Hä? Ach, da. Hm, lol. Ich war noch nicht so weit. Er hat sich in einem Busch versteckt. Das ist ein Ford. USA, denke ich mal. In den USA fahren viele Ford, ne? Oder England fahren da auch viele Ford? Ich kenne mich nicht aus. In Deutschland auf jeden Fall nicht so viele. Aber gut, weil da ein Ford steht, heißt das ja nicht, dass das auch viele fahren in dem Land. Ja, man klickt sich, wie gesagt, durch. Ist eigentlich recht simpel. Oh Gott. Sagt England. Oder? Ach man, ich habe auch keine Ahnung von der Flora. Also gar keine Ahnung von Pflanzen und so. Ich habe keinen Schimmer. Das sieht schon europäisch aus, oder? Nee, das ist USA. Ja. I don't get it. Ich kann hier auch über die Pfeile navigieren. Man kann auch mit den W-Tasten navigieren. Also W, A, S, D. Das sollte auch funktionieren. Also sich hier umschauen. Mit den, äh, mit, äh, A und D. Und mit B und S kann man auch nach vorne. Man kann auch mit Tastatur spielen, mehr oder weniger. Was steht da drauf? Robblev. What? Robblev? Das ist auch wie bei Englisch. Ja, also das habe ich schon ganz gut eingeschätzt. Ähm. Zack, USA. Ja, ich bleib bei USA. Komm. West Virginia. Ich rate, okay. Oh mein Gott, Irland. Ach man, hätte ich doch England getippt. Ach man. Okay, gut, passiert. Passiert. Ich war doch richtig mit europäisch. Ach man. Ja, wäre ich bei meinem ersten Gedanken geblieben. Okay, das ist Korea. Das ist koreanisch. Auf jeden Fall. Hundertprozentig. Das ist koreanisch. Aber welche Stadt in Korea. Ich bin mir sehr sicher, dass das koreanisch ist. Bin mir sehr sicher. Also Südkorea auf jeden Fall. Oh mein Gott. Das ist Südkorea. Ich habe gar keinen Anhaltspunkt. Wir tippen auf jeden Fall Südkorea. Ähm. Wo ist Korea? Hier. Südkorea. Ah, ha, ha, ha. Hier. Machen wir mal hier die Stadt. Ist nicht die Hauptstadt? Die Hauptstadt ist Seoul. Ja, hallo. Geht doch. Warten. Ah. Aber Südkorea war auf jeden Fall richtig. Ey, ich bin gar nicht so schlecht. Und das war dann das Ergebnis. So. That was. Also das ist ungefähr Geoguessor. Da spielen wir dann zusammen. Es geht einfach darum, wer tippt besser. Ähm. Okay. Ich sage an dieser Stelle. Chaui. Ähm. Kommt rum morgens bei Meat Boy Race. Ähm. Ähm.